Hallo wieder bei Nuss... Nuss... Bugg... Buggnussstein und... Wir haben unser Bett. Auch verloren, oder? Also beim letzten... beim Absturz hier... beim Bauen... Nicht. Allzu sind wir in höchster Lebensgefahr. Als wir hier versucht haben... Autschen... Also Verluste... für diesen Sturz... Zwei... Eine Pickaxe aus Eisen und... Ein Bett... Na gut... Bauen wir über eine neue Pickaxe und damit wir nicht immer so lange brauchen für das Erde abkloppen... So... So... ja... Dann gehe ich mal runter... hole ich mir die Schere... Und dann gehen wir da hinten... 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 Ich schlapp mich mal lieber hier durch das Gebiet hier. Hallo Schweinchen. Oh ne Hexe. Eins. Shit. Da wollte ich Feindern. Ah, da sind ja noch mehr Keepers. Und da viele Zombies. Und da sind die Schafe. Okay, das wird spaßig. Irgendwie auch langweilig hier auf diese Henneker zu spielen. Warte mal. Bitteln, wo bin da? Ein Hosen-Zombie. Der nächste Zombie. Da macht er mir nicht zu viel Stress. Wie stressig jetzt sind wir. Hier. Das ist für die Lecker. Das ist für die Lecker. Da versuche ich mal den Schieper zu snipern. Nee. Da fehlt nix. Die Creeper-Snapung. Das ist für die Lecker. Das ist für die Lecker. Das ist für die Lecker-Zombie. Das ist für die Lecker-Zombie. Die Lecker-Zombie. Und das ist für keine Lecker-Zombie. Sehr kooperativ, dankeschön Schaaf. Sind sie auch so kooperativ, danke. Ah, wow. Ah, wir sterben, wir sterben. Wir sterben. Wo haben wir Brot? Wo haben wir Brot? Puh. Bogenblast. Bogenblast. Oh, ich stappel, 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 stappel und tot. Schitter. Schitter. Mist. Jetzt sind wir da, ewig weit weg. Na ja, find ich zum vierten Tag. Na ja, find ich zum vierten Tag. Da haben wir... schon... ... 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 Nur eine Bolle? Ah, da liegt noch Knob mal rum Aber nur eine Bolle? Na gut, also den Bogen Verparieren wir Schäfchen, kommt her, wir brauchen eure Wolle Ja, komm her, lass dich knackig machen Lass dich knackig machen Uiuiuiui Ach, ein Mini-Woom, yippie So, hm Wir haben alles Wichtige bei uns Jut Hier werde ich auf jeden Fall noch erweitern die Burg So, und eigentlich, man zieht diese Aufnahmesession Habe ich Musste ich total außer Auge empfangen Zu welchen Sachen Ach, und Holz brauche ich auch noch Ja, ich weiß, ich habe keine Axt Und ich weiß, dass das doof ist Und dass sich bestimmt jemand darüber aufregt Mit den Zuschauern Sooo Okidoki So Okidoki Wie bin ich, gehe ich weiter vor Und ich mache da jetzt einmal da die Erde weg Und versuche da wenigstens den ersten Ring Diese Folge Präti zu bekommen So, machen wir es So Nein, wir haben eine Schaufel Damit kann man schön Erde weg machen Schaufel So So, dann machen wir den ersten Ring hier fertig Na, klappt ja super, ne Na, klappt ja super, ne Na, klappt ja super, ne Ich habe es wieder getan Ich habe es wieder getan Schiete, 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 schiete Schiete So Und ja, mit, damit Den zaubern Können wir uns damit Erstmal Denk ich mir abschminken So So Einmal Die Sachen, die wir anziehen können Anziehen So Und dann Tauchen wir nochmal ab Gucken wir, was hier noch so liegt Trotz seiner Einstellungssicht Da nichts Nicht viel Naja GPR Merde Autschi So Die Waffe really B Lights Bööööööö Dings Schuhe Bööööööö Dings Eisen haben wir noch nicht Hallo, haben wir hier Eisen? Nicht, dass es jetzt lebensnotwendig wäre, aber es zu finden wäre doch schon nice Ich glaube, das Eisen ist verloren Mistig, das ist Mistig Ach ja, diese Aufnahme Session ist Kann ich da nur zusagen Schnappen wir uns daneben ein Steak Machen Holz Und machen uns ein Bett, weil es glaube ich gleich Nacht wird Und ich glaube, das hier nehmen wir mal auch mit Da kann bis auf hier wachsen, hmmm, interessant Wusste ich noch gar nicht Sooo... Und unsere Schaufel ist auch weg Lass mich mal... Hier oben erkenne ich nix... Lass uns mal herunterspringen Lass uns mal herunterspringen Lass uns mal herunterspringen Das Eisen und die Schaufel mehr aus Eisen ist Puccicato Mist, 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 Mist Und unser Brot auch... Nochmal Mist Nochmal Mist... Nimm mich pro brauchen wir... Shit, 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 shit... Dann springe ich von da runter...hier... Naja, futtern wir mal Brot. So, ich hab, wenn ich die ersten Teile hier fertig kommen. Autsch, dass es Autsch macht, das wusste ich. Na gut, dann bauen wir mal hier. Fertig habe ich die zweite Krone auch schon dran Könnte ich in Anbetracht der Ursachen In Anbetracht der Umstände auch tun Äh, ja Nee, das ist jetzt nicht ganz so einfach für Werkstände Das ist jetzt nicht so einfach für Werkstände Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, so können wir das machen So, will ich das jetzt noch machen Ja, das mache ich noch heute, aber Also, am Aufnahmetag, aber nicht mal in dieser Aufnahme Also, bis zum nächsten Mal Tschüss bei Helf und Nusschein